Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Während sich Ryan Reynolds aktuell mit imaginären Freunden auf der Kinoleinwand herumschlagen darf, passiert Benedict Cumberbatch in der neuen Netflix-Miniserie Eric. Etwas gar nicht mal so Unähnliches, aber doch ein wenig mit ernsthafterem Anstrich. Ab dem 30. Mai könnt ihr das Ganze sehen, sechs Folgen an der Zahl. Wir durften bereits alles vorab sehen und wer sind wir zum einen? Eine Lieberatzung-Kollegin, mit der ich schon länger nichts mehr gemacht habe, insbesondere in dieser Kombination. Aber ja, schauen wir mal, was draus wird. Namen Theresia. Hi Dominik. Ja, wir mussten lange überlegen, dass wir einen Film gefunden haben, den wir zusammen hatten. Ursprünglich wollten wir das Ganze hier ja zu dritt besprechen, mit der Kollegin Melanie zusammen. Schöne Grüße. Aber ich denke, wir kriegen das auch zu zweit gewuppt. Benedict Cumberbatch, durchaus bekannt für Serien, natürlich nicht nur in seiner Paraderolle Sherlock, ist jetzt erneut bei Netflix aufgeschlagen. Und ja, magst du uns mal ungefähr zusammenfassen, worum es hier eigentlich geht? Ja, also Benedict Cumberbatch ist verheiratet, ist Familienvater und ist Teil einer täglichen, glaube ich, Morningshow für Kinder. So ähnlich wie die Muppets, gibt es da so Handpuppen, die halt da für die Kinder irgendwelche Sendungen produzieren. Und eines Tages verschwindet eben auf dem Schulweg sein zehnjähriger Sohn. Und ja, dann wird halt, da das ist ein Kriminalfall. Und sein Sohn hatte auch noch vorher, vor seinem Verschwinden, eine Idee für eine neue Puppe. Und so im Laufe der Zeit, ja wie soll ich sagen, sieht Benedict Cumberbatch diese Puppe als real an, also wie so einen imaginären Freund. Und die beiden versuchen dann, den Sohn wiederzufinden. Genau, weil er denkt, dass sein Sohn, den er vorher halt irgendwie so ein bisschen, ja fast gleichgültig behandelt hat mitunter, dass der es dann zu schätzen weiß, wenn er sieht, oh, dass seine Puppe dann in dieser Show auftaucht. Das ist so die Grundprämisse. Das Ganze ist angesiedelt, weiß nicht, ob du es gesagt hattest, im New York der 1980er Jahre. Also ich glaube 1985 spielt das. Und die Show, die er da hat, die erinnert auch nicht von ungefähr. Ich glaube, Jim Henson wird einmal sogar referiert direkt. Er wird namentlich erwähnt, ja. Also sie, er wird erwähnt, ja. Genau. Ja, klingt vielversprechend. Ich muss sagen, ich sehe Benedict Cumberbatch sehr gerne zu. Auch wenn ich es bevorzuge. Also er ist grundsätzlich ein guter Schauspieler. Ein sehr guter Schauspieler sogar. Was immer so ein bisschen mein Problem ist, sind die Rollen, für die er gecastet wird. Weil er ist so ein bisschen im Typecasting gefangen, seit er nach Hollywood gekommen ist, in meinen Augen. Also ob es jetzt Sherlock ist, davon ausgehend, oder auch dann hier Doctor Strange. Also er spielt immer gern so den arroganten, überintellektuellen Kotzbrocken eigentlich. Wie stehst du denn eigentlich zu ihm? Ich mag ihn sehr gerne. Also ich liebe ihn ja wirklich auch seit Sherlock Holmes. Mochte ihn dann wirklich auch als Doctor Strange gut. Und hier ist er auch so ein bisschen der überhebliche, aber er ist halt in der Rolle dann auch ein ziemlich kaputter Mensch und hat halt quasi auch wirklich irgendwie psychische Probleme und ist alkoholabhängig. Also da kommt nochmal so eine andere Note von, er ist ein Arsch mit dazu. Ja, die du auch schon hattest, tatsächlich in, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, die lief vor ein paar Jahren, diese Serie, die er gemacht hat, für Sky, glaube ich, Patrick Melrose oder so ähnlich hieß der. Ja, die habe ich auch gesehen. Die war auch gut. Und da ballert der sich ja auch ordentlich mit Drogen und so weiter zu. Das tut er hier auch. Aber nach außen hin ist er halt, ja, der große, erfolgreiche Saubermann, der Stabpuppen groß gemacht hat in dieser Sendung, die Good Day Sunshine heißt. Also es hat auf jeden Fall was von der Sesamstraße. Also von Muppets, jetzt nicht so eher Sesamstraße. Ja, und eingebettet in ein interessantes Setting, was so mich vom Look her in der Serie tatsächlich erinnert hat. Also nicht nur, weil es in derselben Zeit spielt, sondern auch von der visuellen Gestaltung. Ich musste sehr oft an den hier Joker-Film mit Joaquin Phoenix dabei denken. Aber ich fand das sehr erfrischend, weil, ja, das bricht halt schön mal aus dem gewöhnlichen Netflix-Look aus. Wie hat das denn auf dich gewirkt? Ja, auch so. Also ich habe auch das, ohne, glaube ich, jetzt groß zu irgendwelchen Zahlen, eingeblendet zu sehen, habe ich mir auch gedacht, oh, das ist halt so Mitte der 80er-Jahre, so New York City. Das hat halt alles wirklich sehr gut ausgeschaut. Also ohne mich jetzt, also wirklich so, als wäre es auch in den 80er-Jahren gedreht worden, fand das wirklich sehr gut gemacht. Ja, also ich war halt sofort drin in dieser Zeit oder in dieser Welt, die die Serie aufbaut. Schön ist auch, das ist nicht nur so ein popkulturelles Schaulaufen, wie man das zum Beispiel bei S hat oder so. Also von wegen, oh, hier, alles schreit, wir sind 80er. Also natürlich gibt es das zwar schon, aber das ist nie aufdringlich, finde ich. Bis vielleicht auf die Musikauswahl, da ist an einer Stelle, ich weiß leider nicht mehr, wie der Song heißt, aber der ist auch am Anfang des ersten Guardians of the Galaxy zu hören. Der ist ganz bekannt. Das ist einer der bekanntesten 80er-Songs, aber es tut mir leid, mir fällt gerade der Name nicht ein. Ich habe es jetzt auch nicht im Ohr, aber ich glaube auch, dass ich ihn gekannt habe und das stimmt, also die Musik ist mir auch aufgefallen. Also die Musik war wirklich immer so, ja, okay, jetzt ist es klar, es sind die 80er. Aber es hat gepasst. Also ich fand es immer sehr gut. Es war meistens immer so zum Schluss hin oder irgendwie so mittig, dann immer so diese Lieder, das fand ich, hat immer ganz gut reingepasst. Das war sehr stimmungsvoll auf jeden Fall. Und also ich kann mich dir anschließend, nur wurde es da wirklich schnell reingezogen, einfach in diese Zeiten. Und es ist ja auch eine, ja, durchaus auch unstete Zeit, ne? Also da ist viel Kriminalität in New York. Heißt es dann auch irgendwie, dass da nur irgendwie alle paar Wochen der Müll abgeholt wird oder überhaupt gar nicht mehr abgeholt wird? Das haben wir auch zum Beispiel im Joker-Film, wie gesagt, gesehen. Ich musste wirklich sehr oft an den denken. Das Ganze ist geschrieben von der Autorin A.B. Morgan. Die hat unter anderem Skripte früher schon geliefert zu Kinofilmen wie Shame beispielsweise, den ich sehr empfehlen kann mit Michael Fassbender. Weiß nicht, ob du den gesehen hast. Mhm, doch. Oder die eiserne Lady damals mit Meryl Streep. Also halt eher so, ja, durchaus auch Stoffe, die gerne mal anecken. Die hat jetzt diese Serie konzipiert, zusammen mit Cumberbatch, der sie auch produziert hat. und der Showrunnerin. Und ich habe hier eine Aussage gefunden von dieser A.B. Morgan, die ich mal kurz vorlesen will. Erik taucht tief in den Big Apple der 1980er Jahre ein und setzt sich mit steigenden Kriminalitätsraten, interner Korruption, endemischem Rassismus, einer vergessenen Unterschicht und der Aids-Epidemie auseinander. Er zeigt die Spaltung zwischen Eltern, die ihr Kind suchen, einem Detektiv, der mit einem kaputten System kämpft und einem verlorenen Jungen, der vielleicht nie wieder nach Hause kommt und fragt, wo die wahren Monster liegen. Mit Puppen. Mit sehr vielen Puppen. Klingt nach sehr viel für nur sechs Folgen, ja. Ja, ja. Deshalb habe ich das auch ausgesucht. Es klingt nach sehr viel, was man in diese sechs Episoden reinpackt. Sechs Episoden, die immer so zwischen 50 bis 60 Minuten dauern. Ja, und da muss ich leider sagen, ist für mich so, liegt für mich so der Hase im Pfeffer. Also irgendwann habe ich so registriert, so in den ersten beiden Folgen, die sich für mich persönlich auch nicht so, also ich hatte erwartet, ich meine sechs Folgen ist jetzt nicht so viel und man kennt ja Miniserien, aber die ersten beiden Folgen habe ich mich fast so ein bisschen durchkämpfen müssen. Später ging es dann, die letzten vier habe ich da, oder die übrigen vier habe ich in einem Stück geguckt. Du hast das ja so an zwei Abenden geguckt. War denn für dich so das mit Kurzweil verbunden oder wie hast du das so empfunden? Bei mir war es so, ich habe zweimal drei Folgen geschaut und ich war so nach den ersten drei Folgen so wirklich irgendwie drin und ich fand es auch wirklich spannend, so vom Kriminalfall her, das haben die wirklich gut aufgezeigt. Das hat mich dann so direkt an True Detective erinnert, es war halt so wirklich so, es wird halt ermittelt und es war halt so, wer hat was zu verbergen und so weiter. Es gab dann Verdächtige und so und das fand ich wirklich gut und ich war da so nach drei Folgen drin und hätte eigentlich auch Lust gehabt, dann die vierte Folge noch zu schauen und dann habe ich es aber eben so auf zwei Tage aufgeteilt gehabt und ich muss sagen, also so drin, wie ich in diesen ersten drei Folgen gewesen bin, fand ich dann noch die letzten drei Folgen etwas schwächer, vor allen Dingen, weil ich hatte mir halt ein bisschen was anderes vorgestellt. Ich hatte mir halt, das klang halt so, als wie wenn eben jetzt die Rolle von Bennett Cumberbatch zusammen mit diesem imaginären Freund, den eben seinen Sohn entwickelt hat, erfunden hat, diesen Eric, hier eben auf Spurensuche geht. Ja. Und das war es halt leider nicht. Also es will nicht heißen, dass die Serie schlecht ist, weil es wurde halt wirklich sehr viel ermittelt, aber es hat halt wirklich die Polizei und dieser Darsteller gemacht, der den Polizisten gespielt hat und das hat der wirklich verdammt gut gemacht. Aber so vom Lesen, worum es in der Serie geht, hatte ich eine etwas andere Erwartungshaltung. Ja, so ging es mir auch. Also wie gesagt, am Anfang fand ich es ein bisschen mühselig, auch wenn diese Eric-Figur, nach der das Ganze ja dann eben benannt ist, relativ schnell eingeführt wird. Da muss man auch sagen, also das ist ja auch amüsant, dass, also der ist ja praktisch so sein schlechtes Gewissen, meint es ja schon so wie im Vorgespräch, was dann da so über die Figur ausgespielt wird. Und die spricht Cumberbatch natürlich auch selber und da kann er dann natürlich auch wieder seine Qualitäten ausspielen. Also das erinnert dann, also der hat ja schon so einige legendäre Synchronrollen gehabt, ob es jetzt Smaug in Herr der Ringe war oder zum Beispiel auch in diesem Mowgli-Film auf Netflix, wo er Shia Khan gesprochen hat im Dschungelbuch. Das fand ich auch echt amüsant, auch so den Schlagabtausch zwischen beiden. Du hast es aber gerade eben schon angesprochen, so auf der Hälfte kippt das Ganze in so eine Art Schnitze, Jagd quer durch New York von Cumberbatch mit diesem Vieh im Schlepptau, was er nur sehen kann. Also da habe ich mich spätestens gefragt, ist das hier eigentlich die Haupthandlung? Weil es wirkte fast schon so ein bisschen, als würde man Cumberbatch so, weiß ich nicht, haltet den jetzt mal irgendwie zwei Folgen beschäftigt, so rein plottechnisch, technisch, um dann irgendwie das andere, was eh schon sehr viel Spielzeit in Anspruch nimmt, noch stärker in den Vordergrund rücken zu lassen. Und das ist eben dieser Ermittler LeDrot, gespielt von McKinley Belcher, dem dritten, den ich noch nirgendwo zuvor gesehen habe. Und den fand ich auch wirklich großartig. Also der hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen. Das ist ja wirklich so ein, ja, Ermittler, der zum einen, ja, sich wirklich reinhängt in diesem Fall. Zum anderen aber eben auch noch einen anderen auf der Kante hat, der sehr ähnlich ist und worüber dann halt verhandelt wird in der Serie, ja auch das Thema Rassismus. Also sowohl gegen ihn als auch gegen dieses verschwundene Kind. Und dann kommt halt noch hinzu, dass er auch noch, ja, latent homosexuell ist und dann auch noch, ach, wirklich, also. Er hat es halt sehr schwer als schwarzer Ermittler, gut, also von seiner Homosexualität wissen seine Kollegen nix, aber schon allein das andere und dass er heute, ihm werden halt manchmal sehr viele Steine in den Weg gelegt, ja. Genau, und dann hat er auch noch so Verbindungen zu so einem Nachtclub, der eine größere Rolle spielt und da treiben sich dann auch wiederum Figuren rum, die dann wiederum irgendwelche Geschichten haben. Also selbst dieser Kollege von Benedict Cumberbatch von der Show gespielt, von Dan Fogler, den man vielleicht aus den Fantastischen Tierwesen Filmen kennen könnte, da wird dann auch noch angedeutet, dass der irgendwie eine kriminelle Vergangenheit hat. Also man merkt es, wenn wir es jetzt schon erzählen, es ist unheimlich viel und das fiel mir vor allem auf eben bei diesem Nebenplot eigentlich schon eben um die anderen Ermittlungen von Le Drott, der sich eben auch um ein Kind, was ein bisschen älter ist, glaube ich, dreht, was irgendwie schon seit mehreren Monaten verschwunden ist und ja, wo dann irgendwie auch die Justiz so laissez-faire agiert, weil ja, es ist halt kein privilegiertes weißes Kind. Ja. Und da habe ich mir zwischendurch gedacht, hättet ihr nicht, also allein schon mit dieser Handlung, hätte man die jetzt tiefer erzählt, da hätte man fast eine eigene Serie mitmachen können und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, also bei aller Liebe, ich erkenne das anders, was ihr hier alles für Themen ansprechen wollt, aber es ist zu viel und es lenkt vom eigentlichen Fokus ab und teilweise, also wie gesagt, ich habe mich gefragt, wer ist jetzt wirklich die Hauptfigur, ist das wirklich Cumberbatch und mitunter habe ich sogar wirklich überlegt, warum heißt die Serie jetzt eigentlich jetzt Eric? Ja, vor allem, also ich muss schon sagen, ich würde zuschauen, dass es lange gedauert hat, bis Eric so, bis du die Stimme gehört hast mal von Eric, weil ich glaube, das war Ende der dritten Folge, wo Cumberbatch den Plan hatte, dass er Eric realisieren will und hier Eric den ersten Prototyp von Eric gebaut hat und das war Ende der dritten Folge, wo man das erste Mal die Stimme gehört hat, deswegen habe ich mir gedacht, boah, jetzt würde mich die vierte Folge interessieren und dann dauert es aber wirklich fast bis zu den letzten eineinhalb Folgen, wo dann Cumberbatch mal auf die Idee kommt, oh, jetzt ziehe ich mal los und habe einen Plan und jetzt suche ich meinen Sohn und davor war der halt irgendwie nur so von einem Delirium mit dem anderen, ich meine, selbst die Mutter hat mehr getan. Ja, und die, ach, das ist dann auch, also ich meine, es ist ja okay, dass dann irgendwie gezeigt wird, dass die Eltern, bei denen eh schon ordentlich der Haussegen vorher schief hing, dass die dann, also dass die Beziehung von denen wirklich komplett zerbricht, dass die sich wirklich entfremden, dass er sich dann in Drogen flüchtet oder in die Arbeit, wo er dann ja auch dann nicht mehr viel zu melden hat irgendwann. Es ist halt sehr viel, dann hat er selber ja auch noch diese problematische Beziehung zu seinen Eltern und wo dann der Vater da irgendwie so dieses Wohnungsbauprojekt hat und dann er ja auch wieder verbandelt mit den anderen, die da wieder mit diesem Nachtclub was zu tun haben. Es ist halt wirklich, es ist halt wirklich alles sehr, sehr verschachtelt. Also ich fand es wirklich ein bisschen schade, dass halt so dieser Hauptfokus aus meiner Sicht in den letzten Folgen eben nicht mehr auf Kammerbatch und Eric lag, sondern mehr halt auf dem Ermittler und wobei ich aber wirklich sagen muss, also diese Krimi-Story, die ist gut erzählt, die ist gut gemacht, aber sollte halt aus meiner Sicht nicht so die Hauptmenge der Serie in Anspruch nehmen. Ja, es lenkt einfach vom Wesentlichen ab. Ich meine, natürlich verstehe ich irgendwie auch diese Parallele-Erzählung mit zwei verschwundenen Kindern, aber zum einen ist der Fall dieses anderen Kindes noch mal deutlich härterer Tobak. Ja. Also auch im Hinblick auf Polizei und so weiter, ne? Ja. Und ja, dagegen wirkt dann der Hauptplot um Eric und um hier Edgar, also den Sohn von Vincent heißt der ja, also Kammerbatch in der Serie. Ich hätte es einmal lustig, ich hätte es einmal lustig gefunden, wenn die den Namen getauscht hätten, wenn das Monster Edgar hieß und der Sohn Eric. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe am Anfang gedacht, der Junge ist halt Eric und äh ... Ja. Also vergleichsweise ist halt dieser vermissten Fall um Edgar harmlos und die Gründe, warum der dann verschwunden ist und was dann in der Zeit passiert, das ist jetzt, also klar, das ist jetzt nicht total harmlos, aber gegen das, was halt dann da mit dem anderen im Hintergrund köchelt und dann zwischendurch auch zu weit in den Vordergrund kommt, wirklich, du hättest eine eigene Serie daraus machen können und das hat mich, du hattest vorhin schon True Detective in den Raum geschmissen, das hat mich sehr an die vierte Staffel True Detective erinnert, weil auch der eigentliche Fall ist eigentlich ziemlich simpel und drumherum hast du aber einen Wust an Family Issues sondersgleichen, die das Ganze dann irgendwie auf sechs Folgen bringen und hier hatte ich wirklich das Gefühl, dieser Plot mit Cumberbatch und seinem Sohn, der gibt eigentlich keine sechs Folgen her, aber das, was sie alles in die Serie reinstopfen, das ist zu viel für sechs Folgen. Ja, zumindest halt wirklich in der Hinsicht, wie halt dann das aufgelöst wird, wo halt der Sohn ist. Ja. Klar war halt dann der Aufhänger in den ersten Folgen, wir haben jetzt zwei verschwundene Kinder, die Fälle hängen vielleicht zusammen und dann irgendwann merkst du halt, okay, die Schere, es geht auseinander, die beiden Geschichten und es wird aber der größere Fokus und die dramatische Geschichte ist aber die von dem anderen verschwundenen Kind. Ja, das ist total, das ist total merkwürdig, wirklich, also, also eins muss ja sein, die Serie, die spricht ja schon wirklich unbequeme Themen an, die auch sehr im damaligen Zeitgeist verwurzelt sind, das kann man dem auch anrechnen, aber ich verstehe einfach nicht, warum man das so überladen muss, also, hätte ich einfach zwei verschiedene Serien gemacht, ernsthaft, das hätte auch eine Staffel True Detective füllen können, diese ganze Handlung mit dem Ledrot, der wirklich gut spielt, also, den möchte ich ehrlich mal im Auge behalten, generell ist die Besetzung auch wirklich gut, also, Cumberbatch, der kann's halt, der kann's halt, wirklich, also, der überzeugt und auch, wie gesagt, das mit Eric und ihm ist es amüsant, über weitest du strecken, vor allem ist Eric ja auch geprägt durch ihn alles andere als jugendfrei, obwohl er eigentlich aussieht wie so ein, ja weiß ich, Äquivalent zum lila Launebär oder sowas, oder der Bär im großen blauen Haus oder so, ne, man merkt's vielleicht an unserer Review, der auch so ein bisschen der Fokus fehlt, aber das, das spiegelt die Serie leider wieder. Ja, wenn ich auch noch erwähnen will, ist also die, die Mutter von, von Eric, also das gespielt von Gabby Hoffmann, die ich auch sehr selten sehe, aber ich fand, die hat das auch wahnsinnig gut gespielt. also ich, ich hätte mir sogar gewünscht, dass, äh, die Serie noch ein bisschen mehr auf sie dann eigentlich geht, weil die leidet ja auch wirklich unter ihrem Mann und, äh, ist ja auch diejenige, die ein deutlich besseres Verhältnis zu dem Sohn hat. Das ist, das ist schade, also da, da ist halt wieder, da ist, da ist zu wenig Zeit und gleichzeitig zu viel Zeit für was anderes. Ja, so manche Nebencharaktere, also ich weiß nicht, ähm, hast du, hast du sie wiedererkannt? Du, äh, gehörst ja auch zu den glücklichen Menschen, die, äh, Person of Interest geschaut haben. Äh, wir haben ja zwei Schauspieler aus Person of Interest hier drin, ne? Also einmal Clark Peters und einmal John Doman. Ja. Äh, wenn du sie vielleicht erkannt hast. John Doman, ja, den anderen jetzt, jetzt nicht direkt, aber, ja. Also das sind, das sind alles gute, versierte Serienschauspieler, die ich auch sehr gerne sehe, aber sie müssen sich dann halt diesem, diesem ganzen Plotwust irgendwie unterordnen und können manchmal auch leider nicht so richtig glänzen. Da ist, da ist einfach zu viel. Die bekommen auch gefühlt alle so eine halbe Origin-Story ange, angeschrieben, äh, wo ich mir dann denke, wofür brauche ich das jetzt? Also, wir, wir klingen jetzt auch, glaube ich, also ist bei mir eh so eine Kinderkrankheit. Ähm, ich klinge jetzt, glaube ich, sehr viel negativer, als es ist, weil es ist trotzdem, es ist keine schlechte Serie. Es ist eine sehr sehenswerte Serie durchaus. Also, da macht man nichts verkehrt. ja, das klingt jetzt so, ja, nicht jammern auf hohem Niveau, aber es waren dann so ein paar Punkte, die mich halt dann eben gestört haben und das waren offensichtlich auch die gleichen Punkte. aber nichtsdestotrotz ist das ja trotzdem eine sehr gut gemachte, sehr schauspielisch auch gute, ähm, gute Serie, wo ich jetzt wirklich am Anfang auch sehr, ähm, sehr mitgerätselt habe. Also, das, ich will jetzt nicht die Serie schlecht machen. Es gab halt aber so ein paar Sachen, die mich halt irgendwie gestört haben. Ja, die halt einfach, das, wie gesagt, Fokus ist das Stichwort. Und das ist, das ist schon ein bisschen schade. Also, ich, ich wünsche dir trotzdem alles Gute. Die ist auch, das, das muss man ja sagen, das sind ja wirklich, das sind gute und wichtige Themen, die die anspricht. Ähm, ist auch schauspielerisch wirklich toll teilweise. Auch den Jungen fand ich sehr gut. Also, den, den Edgar. Ja, aber insgesamt fragt man sich so ein bisschen, warum hätten es nicht vielleicht vier Folgen getan? Oder aber den, den Gedanken hatte ich dann zum Ende nicht mehr so. Aber vor allem am Anfang habe ich mich gefragt, hättet ihr nicht vielleicht einfach einen Spielfilm raus machen können? Also, das, das ist bei, also, ich meine, es gibt ja seit einigen Jahren jetzt diesen Trend zu Miniserien. Und der ist ja auch nicht verkehrt. Aber, ich habe schon jetzt wirklich einige Miniserien erlebt, wo ich mir gedacht habe, warum macht ihr da keinen kompakten Zwei-Stunden-Film einfach raus? Ja. Und das wäre hier vielleicht die bessere Alternative gewesen. Hätte man die, die ganze Eric-Story vielleicht einfach einen zweistündigen Netflix-Film gehabt und das, was von dem Skript noch übrig war, hätte man theoretisch an HBO verschachern können für eine fünfte Staffel True Detective. Ne? Ja. Aber unterm Strich, ja, also, würdest du jetzt wirklich eine Empfehlung aussprechen, ist schwierig, ne, ist sehr durchwachsen. Also, ich weiß nicht, würde mir das jetzt schon quasi als Fazitübergabe quasi, würde ich jetzt mal nehmen, weil ich glaube, ja, genau, dann, ja, doch, ich würde es schon empfehlen. also, wenn man, so wie wir, halt auch Benedict Cumberbatch-Fan ist, glaube ich, hat man schon auch seinen Spaß mit der Serie. Man schaut, ich schaue ihm halt trotzdem wahnsinnig gerne eben zu bei dem, was er tut, weil das, was er macht, macht er wirklich gut. Wie wir schon gesagt haben, ist halt auch die, die, die restliche Schauspielleistung fand ich überwiegend sehr gut. Also wirklich auch der, der Polizist, die Mutter, den Hausmeister fand ich auch toll und die Kollegen. Man hat halt wirklich gemerkt, es werden sehr viele Baustellen aufgemacht, sehr viele Kritikpunkte auch quasi, was jetzt so das Soziale angeht. Hätte man sich gerne vielleicht die ein oder andere Nebenstory schenken können und wirklich mehr den Fokus auf diesen Kriminalfall um den verschwundenen Edgar machen sollen, weil aus meiner Sicht nimmt dann wirklich in der zweiten Hälfte der Staffel größeren Plot die Geschichte um den ersten verschwundenen Jungen ein, was aber auch, finde ich, fast die interessantere Geschichte ist. Ja, ja. Aber wenn man halt eben diesen Titel liest mit, die Serie heißt Eric und es geht darum, dass Patrick Cumberbatch mit einem imaginären Freund seines Sohnes, den Sohn sucht, ist es halt nicht ganz das, was man bekommt. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, ich mochte die Serie, ich fand die zum Teil auch kurzweilig, es sind nur sechs Folgen. Ich denke, wer Lust auf die Serie hat, kann sie gerne schauen. Also ich kann es nicht sagen, schaut euch die nicht an, die ist schlecht, weil die trotzdem wirklich gut gemacht ist. Ja, da würde ich mich im Großen und Ganzen anschließen. Also kann man sich schon ansehen. Hat auch wirklich die besten Intentionen, da will ich gar nicht rein funken. Und ich finde es generell toll, dass man, ja, dass man so ein durchaus ungewöhnliches Gewand für so eine Geschichte nimmt. Ja, es krankt halt dann so ein bisschen an der Umsetzung und den ganzen Sachen, die sie reinpacken wollen. Aber man kann schon einen Blick auf jeden Fall wagen. Allein schon auch wegen Benetik-Cumberbatch, wenn man den gerne sieht. Ab dem 30. Mai könnt ihr das Ganze auf Netflix sehen. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr jetzt Lust habt auf die Serie. Ihr kriegt das ja hier ein bisschen eher zu hören von uns. Ob wir euch Lust drauf machen konnten oder aber auch nicht oder was ihr vielleicht noch so empfehlen könnt in die Richtung im Serienbereich. Lasst uns das gerne wissen beim YouTube Upload oder ganz klassisch auf tele-stammtisch.de könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ansonsten gibt es uns überall, wo es Likes gibt. Und damit bin ich raus. Und die letzten Worte hat natürlich die Theresia. Ciao, ciao. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns demnächst bald wieder. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gerne immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.